Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Vor ein paar Tagen hatte er schon Geburtstag. Mein Vater hat jetzt auch Geburtstag und es war heute Sonntag. Und kleiner Funfact, Chrissy und ich dürfen heute das allererste Mal wählen gehen. Hier liegen die Geschenke, ihr könnt ihr jetzt zwar noch nicht sehen. Und ich kann schon mal so viel sagen, ich bin super gespannt, was mein Vater zu den Geschenken sagen würde. Das sind so Geschenke, die kann man glaube ich keiner anderen Person schenken außer meinem Vater. Ich habe sowas noch nie für eine andere Person gekauft. Leute, seid gespannt. Ich würde sowas nie in mir leben, zum Beispiel Chrissy oder so schenken. Oder überhaupt irgendwem, den ich kenne. Hoffentlich gefällt ihm das. Schaut jetzt gerne mal Merch vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Und im zweiten Link, da findet ihr diese Handyhüllen hier. Sind mega nice. Schaut vorbei. Würde mich freuen. Chrissy hat übrigens die Geschenke schon mal eingepackt. Und man sieht glaube ich auch auf jeden Fall, dass es Chrissy ist. Einmal weil hier noch was drinsteckt und zweitens weiß auch was auch ordentlich ist. Hätte ich nicht geschafft. Ich weiß. Aber jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit vor und dafür muss ich einmal ganz kurz zum Drucker. Denn mein Vater wird heute die größte Überraschung seines Lebens erleben. Ich werde jetzt nämlich was ausdrucken. Und zwar hatte ich mir so ein Bild rausgesucht. Das sieht ungefähr so aus. Ich glaube, man kann es lesen. Ich tue für das Opa. Keine Sorge an der Stelle. Es ist nicht der Fall. Aber ich wollte mal gucken, wie mein Vater das aufnehmen würde. Ob er denkt so, jo, okay. Ist das jetzt wirklich so oder nicht? Gesundheit. Drucken. Und kommt da was raus oder nicht? Und fertig. Und ich muss sagen, Leute, das sieht doch richtig geil aus. Ich bin super gespannt, wie mein Vater darauf reagieren wird. Oder eher gesagt, was er dazu sagen würde. Das werden wir jetzt mal schön verpacken. Ich habe Bock drauf. Damit geht es jetzt nach unten. Was sagst du eigentlich zum ganzen Kram? Das, was ich eingepackt habe, ganz gut. Dieses für Papa-Ding, da will ich nicht dabei sein, wenn er das auspackt. Alles Gute zum Geburtstag. Wow. Damit hätte ich noch gar nicht gerechnet. Aber die Sachen nicht jetzt auspacken. Okay, aber... Ist das alles für mich? Ja. Was? Was habt ihr denn alles? Ich wusste... Das war auch bei dir so ein bisschen Geburtstag, ne? Wieso? Die Geburt, dass ich schenke Papa mal endlich was zum Geburtstag. Ja, als ob ich dir das nicht was schenke. Ich auch nicht. Was wäre es noch mal gar nicht zu sein? Ich packe das mal einfach hier. Karin, bekommst du gar keinen Geburtstagstisch? Doch, aber später. Später erst? Wir sind ja noch nicht da. Achso, okay, okay. Also, dann erst später auspacken, ne? Es ist jetzt ein bisschen später. Und hier liegen unsere Geschenke auf dem Tisch. Es ist doch Sonntag. Ich erinnere mich noch Geburtstag. Dann scheint die Sonne. Aber wir haben eine Überraschung. Aber wir müssen doch erstmal in dem Video singen, oder nicht? Was ist das denn hier? Ja, weil ich habe eine Verletzung in meinem Hals. Ah! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ich bin am lautesten. Warum? Happy Birthday, liebe Mama. Happy Birthday. Mein Hals ist am kaputt. Das ist wie sie gelaufen. Das machen wir mal wieder Cringe, wie er macht. Auf jeden Fall. Setz dich ruhig hin. Du bist schon die Kerzen auspacken. Guck mal, warte. Du nennen die 54 Kerzen. Du, 54? Ja. 53. Ich habe euch alle geschummelt. Das ist von Chrissy und mir. Und Leo. Verständlich. Und Leo auch. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du es eingepackt hast? Ja. Ich glaube, er wird sogar auspacken. Okay, Leo, komm, wir gucken mal, was da drin ist. Ich bin gespannt, was das sein könnte. Der freut sich immer. Der freut sich immer jetzt du wahrscheinlich darüber. Ich glaube, ich weiß auch wieso. Oh, guck mal hier Affelchips. Willst du mich da erfahren? Ist das ein gutes Geschenk? Klar. Okay, gut. Weil sowas kann man nur dir schenken. Wir müssen immer viel Kohlenhydrate da drin sein. Weil Kohlenhydrate haben wir hier 69. Komm. Wir waren bei dem und haben geguckt, was wir dir schenken können. Jeden Tag ein einzigen. Genau. Das zweite Geschenk, wir schauen, was drin ist. Wieder mit ganz dabei vorne. Leo, komm, wir gucken mal rein hier. Du kannst schon mal schnüffeln, was das ist. Das sind top Geschenke. Ich weiß, warum du immer so interessiert da dran wirst. Das möchtest du alles essen, ne? Fusseli, rote Linsen. Nudeln. Ich dachte, wir dachten so. Nur 50 Gramm Kohlenhydrate. Ich muss ja auf Kohlenhydrate achten, ne? Das ist schwierig. Wie sind wir das mit dem Arsch zum Grinsen? Erbsen, Bohnen und Linsen. Bring den Arsch zum Grinsen. Das hört sich nice an. 51 Gramm Kohlenhydrate. Guck mal, da steht auch drauf, proteinreich und ballaststoffarmreich. Hat sich gesund angehört. Wir haben hier noch eins von Chrissy und mir. Das ist schön eingeparkt. Das war safe, Chrissy. Alter. Ich muss leider gerade zugeben, dass ich nicht mehr weiß, was drin ist. Kurz mal hier. Wer kann denn so einpacken? Das ist wohl schön. Ich weiß nicht, wie Chrissy das gemacht hat. Das habe ich selber das erste Mal gemacht. Hast du irgendwo bei YouTube dann so ein YouTube sehen, wie das war? Hast du bei TikTok gesehen? TikTok. Und eine Snackbar. Das ist cool. Mit ganz viel Studentenfutter. Was sagst du dazu? Dazu rate ich nur mal, dass Studentenfutter eine ganze Menge Kohlenhydrate. Aber das ist gut. Schreibt mal jetzt in die Kommentare rein, ob ihr irgendjemanden kennt, dem man sowas zum Geburtstag schenkt. Die kommen von Max und die besten Geschenke. Dem schenkt man Nudeln zum Geburtstag. Dreh mal die Cam hierher. Wer kriegt sowas gerne zum Geburtstag? Die meisten kriegen dann irgendwie der Whisky oder ein Rum oder so eine Stange Zigaretten oder so oder einen Urlaub irgendwo hin. Jetzt kommt das Beste. Warte ganz kurz. Ich höre auf jetzt. Ja, genau. Jetzt fällt dir alles runter. Ja, alles runter. Die Luden springen zum Müll. Hat das das so sein? Wie viele sind das? 100? 1. Langsam, 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 langsam. Ja. Alter. Habt ihr das auch auf TikTok gesehen? Ja, aber ich dachte, dass es wirklich so gut geht. Was ist das? Das ist eine Schoko-Bundschuhe. Alter, ich dachte echt nicht, dass das wirklich so lange geht. Also die machen das TikTok nach. Ah, es reißt gleich. Ah. Komm, die Hände. Nee. Komm, das ist eine Stücke. Ah. Gedicht. Für Papa. Für. Für Papa. Ah, cringe. Nein, nein, nein. Jetzt geht es laut. Aber ganz lautvoll. Das ist feinlich. Das ist feinlich. Was? Was? Was soll ich machen? Warte da. Zeig es bitte. Ihr werdet jetzt auch schon am Geburtstag geprankt. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal. Nein, du wirst nicht echt. Nein, du wirst nicht echt. Nein, doch. Natürlich. Natürlich. Du hast überhaupt erst eine Idee, dass das war. Nicht meine. Auf keinen Fall. Okay. Aber Papa, vom Alter passt doch, oder? Könnte schon Uropa bald werden. Also, eigentlich ist mein Opa zum Beispiel mit 42 Opa geworden. Hallo, wo willst du hin? Alle 20 Jahre erneuert sich das alles. Okay, also das waren noch geile Geschenke, oder? Ganz kurze Zusammenfassung zu den paar Geschenken von uns. Super. Ganz toll. Ich bin total begeistert. Und der Brief? Den habe ich nicht gelesen. Das war ja so. Ist das perfekt? Wenn das wenigstens ernst gewesen wäre, dann würde ich sagen, wäre das das krasseste Geschenk. Alles so. Wasser antropft die ganze Zeit. Würdest du dich drüber freuen, wenn es echt gewesen wäre? Ich habe dich schon vor drei Jahren drüber gefreut. Nein! Würdest du dich drüber freuen? Immer dieses Würde, Würde. Immer dieses Würde, Würde, das ist im Bad. Es ist jetzt halb zwei und wir sind fertig mit einem Geschenk. Wenn ihr alle Geschenke von meinem Vater sehen wollt, schaut gerne mal bei Tipp-Love-Tube vorbei. Da kommen jetzt die Tage auf jeden Fall. Vielleicht sogar auch heute, wo das Video online ist. Schaut gerne vorbei und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ich ihr die Geschenke finde, wenn mein Vater geschenkt haben und wie die Überraschung war. Ich fand es eigentlich witzig. Und Chrissy, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, war es wirklich so peinlich? Ja, das war mir peinlich. Ehrlich? Das war peinlich. Das ist doch gar nicht so peinlich gewesen. Das war mir trotzdem peinlich. Aber guck mal, je öfter wir es als Spaß machen, desto weniger schlimm wird es nachher, wenn es echt ist. Naher soll es aber nicht schlimm werden. Es soll einfach was Schönes werden. Ist es doch trotzdem dann... Du meinst, dass weniger schlimm wird es nicht? Nein, aber das ist nicht so... Ich sag einfach nichts, oder? Wir werden heute wahrscheinlich noch grillen. Aber wir haben noch was anderes vor, aber das erfahrt ihr im nächsten Video. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, dann vergesst nicht jetzt den Kanal zu abonnieren, bei meinem Wörtchen vorbeizuschauen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich glaube, das Video heute ist ein bisschen kürzer geworden. Egal. Nicht so schlimm. Bis zum nächsten Mal und ciao!